Das vor mehr als 140 Jahren gegründete Importunternehmen gehört zu den führenden Spezialanbietern Europas für den Handel von Korb- und Flechtwaren, Floristenbedarf, Geschenk- und Dekoartikeln für Haus und Garten sowie Kleinmöbeln. Das umfangreiche Verkaufsprogramm wird mit Hilfe modernster und ausgefeilter Logistik für eine schnelle Belieferung innerhalb Deutschlands und Europas vorgehalten. Alle Produkte sind Direktimporte aus dem europäischen Ausland, Fernost und Afrika.